So, jetzt zeige ich euch mal ein Kino, also jetzt hier erstellt und das ist ein sehr lange dauerndes Kino, deswegen werde ich dann hier bald einen Zeitraffer reinlassen, mit dem Stern da oben sieht man es ja auch, das ist ein sehr lange dauerndes Kino, da ist hier oben die Dimension so groß, das wird dann hier alles drum herum geschoben. Und das dauert wohl seine Zeit, bis das hier einmal komplett rumgeschoben ist, dann werde ich das jetzt hier, das läuft übrigens rückwärts ab, das Kino, deswegen kann ein Wunder sein, das wissen wir erst, er ist happy wie wir und dann, und dann eigentlich erst jetzt weiter, also das später vorkommt, also das kommt schon wieder später. Ja, ich freue mich, das ist das Startbildschirm, das ist das Startbildschirm, das ist das Startbildschirm. Dann werde ich den Zeitraffer jetzt starten. Dann werde ich den Zeitraffer jetzt, dass ich das Startbildschirm, richtig habe, das ist das Startbildschirm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020